Grüßt euch ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Star Citizen Tutorial. Viele von euch haben bereits darauf gewartet. Wir haben ja vor einigen Tutorials schon die F7C Hornet Mark II uns angeschaut in verschiedenen Waffenloadouts. Und das Ganze wollten wir ja noch mit der F7A Hornet MK II machen. Und genau das machen wir heute. Ja, bestes Waffenloadout, Freunde, überhaupt. Ja, ich weiß natürlich, dass ich damit provoziere in dem Thumbnail und auch in der Titelbeschreibung. Denn das beste Loadout, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Das ist erstens immer subjektiv und zweitens ist es natürlich auch alles noch nicht final. Das kann alles noch gebalanced werden. Gatlings beispielsweise performen momentan sehr gut, denn sie haben ordentlich Patronen drin. Das kann sich aber in einigen Patches auch schon wieder ändern. Deswegen ist das alles, wie gesagt, subjektiv zu betrachten. Nichtsdestotrotz wollen wir mal diese Momentaufnahme nutzen und schauen, wie in der 3.23.1 die F7A Hornet MK II in verschiedenen Waffenloadouts performt. Doch zunächst wollen wir uns das Factory Waffenloadout der F7A Hornet MK II anschauen. Und dazu gehen wir einmal in den Offline-Modus des Arena Commanders und gucken mal, was wir gegen einen Piraten-Swarm so anrichten können. Ja, im Standard Factory Waffenloadout kommt die Hornet MK II, also die F7A mit zwei Revenant Gatlings daher, jeweils mit 2000 Schuss, was wirklich viel ist und gut. Und viermal Size 3 Omni-Sky Laser Cannons. Und das, muss man sagen, ist schon gar kein schlechtes Loadout. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, anhand von Moray Nord. Wie gesagt, das Ganze ist subjektiv. Es hängt ja auch immer damit zusammen, wie gut man trifft, wie gut man fliegt, wie gut man zielt, was auch mit der Treppe zusammenhängt. Aber im Grunde genommen kann man sagen, ist das schon standardmäßig ziemlich gut. Und ich sag euch nachher auch noch, warum. So, hier. Trevor. Trevor Feinstein. Ihr seht auch, wir haben zwei verschiedene Pips da vorne. Das liegt einfach daran, dass wir unterschiedliche Waffen drauf haben. Und die Gatlings einfach an einer anderen Stelle eintreffen als die Laser Cannons. Aber ihr seht auch, dass man es schafft, beide Pips auf grün zu bekommen. Okay. 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 Na, komm her, Trevor. Ja, was mir persönlich noch nicht gefällt, aber das hat natürlich mit dem Waffenloadout zu tun, ist, dass die Funken spratzen, wie verrückt. Ja, ich finde, so sieht man immer sehr schlecht sein Ziel. Aber gut, das ist eine Einstellungssache. Grundsätzlich seht ihr aber, dass man mit dem Loadout hier schon mal einiges reißen kann. Und das Gute ist, dass man halt auch einfach mit den Capacitern, und das ist auch ein wichtiger Punkt bei diesem Test, mal ein paar Schüsse los wird. Ja, bevor die Dinger dann alle sind. Die Capacitern zielen natürlich nur auf Laser Cannons und Laser Repeater. Und auch sonstige Energiewaffen. Mit den Gatlings hat das Ganze nichts zu tun. Das seht ihr auch, wenn ich jetzt mal länger drauf halte. Und die Capaciter sind alle, schießen die Revenants trotzdem. Aber auch diese, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wollte ich, äh, ja, das wollte ich gar nicht, wollte gar nicht reinfliegen. Und mich da jetzt drinnen verbacken. Sondern ich wollte euch zeigen, dass die auch irgendwann aufhören, wenn sie überhitzen. Ja, und mit diesen wunderschönen Bildern würde ich sagen, gehen wir in den zweiten Waffentest Loadout und schauen uns mal das Schiff an, wenn wir jetzt nur Omni Sky Laser Cannons dran packen. Und wie sich die Capaciter dann verhalten. Und was wir sofort erkennen ist, dass wir im Gegensatz zu eben nicht mehr 13 Schuss in unseren Capacitern haben, sondern nur jeweils 8 Schuss, wenn wir alles mit Omni Sky Laser Cannons ausrichten. Aber schauen wir mal, wie das Ganze jetzt performt. So, komm mal her, du kleiner. Kleiner Pirat. So, wir haben jetzt einen Pit. Und das seht ihr, ja, das heißt, wir können uns wirklich auf einen Punkt konzentrieren und müssen dann natürlich nur geträftet werden. Das letzte Mal haben wir das Ganze ja mit dem Chris zusammen gemacht. Der stand dann einfach und wir haben geguckt, wie lange das dauert. Aber es geht ja auch immer so ein bisschen darum, dass man ein Gefühl für die Waffen bekommt. Mit den Laser Cannons muss man spielen können, ja, da muss man treffen können. Aber ihr seht, wenn wir dann mal treffen, dann knallen die schon ordentlich durch. Sogar besser, als wenn wir da Gettlings einpacken. Oh ja, 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 das tut weh, würde ich sagen. Junge, Junge, nicht schlecht. Ja, so sieht das Ganze aus. Natürlich auch Size 4. An der Stelle, das sind die Omni-Sky 12 sind das. Und an den anderen Hardpoints habe ich erstmal jetzt nichts verändert. Da sind noch die Omni-Skies drauf, die auch vorher drauf sind. Oh ja, oh, das gefällt mir. Wir haben zwar, wie gesagt, nur 8 Schuss drinne, aber wenn ihr die versenkt, reichen die meistens auch schon, um ein paar kleine Schiffe wegzumachen. Gefällt mir persönlich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Auf die Raketen bin ich jetzt bewusst nicht eingegangen. Klar, die haben wir natürlich auch noch mit an Bord. 8 Ignite haben wir hier mit am Start. Aber um die soll es heute gar nicht gehen. Es soll wirklich primär um das Waffenloadout gehen, mit dem wir halt hier feuern können. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber Raketen sind ja auch Waffenloadout. Aber darum geht es nicht. So, wir lassen den Warlord entwichen jetzt erstmal hier alleine. Schauen wir uns mal das zweite, beziehungsweise das dritte Waffenloadout an. Und zwar, was passiert mit den Capacitern, was passiert mit der Performance, wenn wir das ganze Schiff nun mit Laser-Repeatern ausstatten. Was wir nun erkennen, ist, dass unsere Capaciter 36 Schuss drin haben. Was wirklich jede Menge ist. Denn sie verbrauchen nicht so viel Energie wie Laser-Cannons, haben dafür aber auch nicht so viel Durchschlagkraft. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal gemeinsam an. Wir haben wieder nur einen Pit, logischerweise. Aber ihr seht natürlich dadurch, dass die Repeater um einiges schneller schießen als die Cannons, sind diese natürlich auch ruckzuck alle. Und laden auch sehr lange hoch, dadurch, dass sie natürlich auf Drecks 36 Schuss kommen müssen. Drecks und 60 Schuss. Und ihr seht, man ist schon relativ lange dran an dem Ding. Muss das schon ordentlich reinfeuern. Aber da habe ich das Gefühl, dass die Cannons, obwohl sie weniger Schuss hatten, doch besser performt haben, weil sie einfach eine enorm bessere Durchschlagskraft haben. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt eine Aurora und da haben wir schon relativ lange drauf geschossen. Jetzt fand ich. So, noch einen hier. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich immer subjektiv zu betrachten. Das müsst ihr selbst einschätzen. Probiert es selber mal aus. Ich kann euch nur sagen, wie ich das empfinde, aus meiner Erfahrung raus, wie sich das anfühlt. Denn ich kann ja auch am besten einschätzen, wie gut ich jetzt momentan treffe. Wann ich denke so, oh, jetzt die explorieren aber sehr schnell. Ich versuche das natürlich in dem Video so gut wie möglich rüber zu bringen und euch zu erklären. Aber wie gesagt, letztendlich hat das natürlich immer auch was mit der eigenen Performance zu tun und was momentan das Balancing in diesem Patch dann natürlich mit sich bringt. Aber ihr seht, wir können das Ganze jetzt natürlich mal auf die Waffen legen. Dann laden die Repeater natürlich um einiges schneller auf. Aber natürlich dann nicht die Schilde. Ja. Dann seht ihr, dann geht das alles ein bisschen schneller. Aber die Repeater, muss man sagen, haben relativ wenig Durchschlagskraft. Da sind die Cannons um einiges besser. Muss ich an der Stelle schon mal feststellen. So, wir schauen uns nun noch ein weiteres Loadout an, in dem ich jetzt mal komplett Gatlings auf die Hornet F7A MK2 lege. So, und das schnell, bevor die uns zerlegen gehen. Loadout Nummer 4 sehen wir. Die Gepäße da spielen überhaupt keine Rolle. Wir haben zweimal Size 4 Revenant Gatlings unter den Flügeln und viermal Mentes GT 220 Gatlings. Insgesamt zwei unter der Nase und zwei oben. Und da haben wir auf jeden Fall ordentlich Schuss drin. Und wir gucken mal, wie das Ganze jetzt performt. Und ich werde das auch bewusst jetzt mal durchspielen, soweit ich komme. Einfach mal um zu gucken, wie lange das jetzt hält. Wie lange wir wirklich hier vorankommen. So, wenn ich dann schaffe, den mal aufzuschalten. So, wir haben wieder zwei Pips. Das liegt aber einfach daran, dass wir verschiedene Gatlings haben. Ich hoffe, das ist bei Gatlings so. Aber ihr merkt auch da, der rotzt da viel zu lange drauf, bevor da irgendwas passiert. Na, obwohl Gatlings ja eigentlich nicht im Zusammenhang mit Schiffsschilden stehen sollen, sehen wir trotzdem, dass bei den feindlichen Schiffen die Schilde zunächst abgebaut werden. Und dann erst das Schiff zum Tatzen gebracht wird. Was mich wundert, vielleicht gibt es da auch neue Updates, die ich nicht mitbekommen habe. Gatlings sollen doch eigentlich durch die Schilde gehen, oder? Das heißt, eigentlich die Schilde sollten da überhaupt gar keine Rolle spielen, ob wir hier Schaden machen oder nicht. Kann auch sein, dass wir das wieder geändert haben und ich das nicht mitbekommen habe. Aber ihr seht schon, das dauert viel zu lange. Ne, das dauert viel zu lange. Das ist fast, finde ich, mit die schlechteste Schiffswaffenkombination oder Schiffswaffenloadout. Der schlechteste Schiffswaffenloadout, den ich jetzt hier bislang getestet habe. Ne, die Laser Repeater haben mich jetzt auch nicht überzeugt. Ne, bis jetzt, finde ich, sind die Omniskies der absolute Sieger. Selbst im Standardloadout oder im Verglichen zum Standardloadout, was wir uns am Anfang angeguckt haben, ist das wirklich hier, naja, geht so. So, und ihr seht schon, wir sind schon fast zur Hälfte leer und haben gerade mal drei Schiffe zerlegt. Das ist eine Aurora, Leute. Also, der spratzt und funkt zwar wie verrückt, aber hier performt nix. Das ist wirklich, keine Ahnung, nicht gut. Junge, Junge, das ist wirklich schlecht. Ja, und jetzt sehen wir schon, jetzt sind wir schon halb leer. Ja, ich denke mal, den restlichen Test, ich habe zwar gesagt, ich spiele es bis zum Ende, aber den restlichen Test können wir uns sparen. Gettlings oder eine reine Gettlings-Ausstattung an diesem Schiff könnt ihr knicken. So, und jetzt möchte ich mir noch ein Loadout anschauen und das ist folgendes. Und zwar nochmal im Vergleich zu den Omni-Sky Laser Cannons, die von Behring und zwar zweimal Size 4 M6A Cannons an den Flügeln hier vorne, ja, und die an der Nase und oben auf dem Turm, das sind M5A Cannons. Und wir sehen schon, dass hier die Capacitor nur sechs Schuss statt acht bei den Omni-Skys zulassen. Auch hier gibt es nochmal einen Unterschied. So, und ich bin sehr gespannt, wie diese nun performen. Ja, okay, okay, platzen auch sehr gut. Habe aber das Gefühl, dass die Schussleistung, also die, wie schnell die Schüsse aus den Kanonen kommen, im Gegensatz zu den Omni-Skys, ach so, Raketen, aha, doch ein bisschen langsamer kommen. Weil sie eventuell noch ein bisschen mehr Energie brauchen, was ja auch Sinn macht, wenn wir uns die Capacitor-Leistung anschauen. So, ich habe sein Interesse geweckt. Ja, okay, okay. Treffen muss man natürlich, Freunde, ne? So, ich mache mal hier wieder die ganze Energie auf die Waffen natürlich. Vorhin hatte ich sie auch nicht auf die Waffen, aber so habe ich sie jetzt auf den Waffen, ja. So, irgendwie scheinen die nicht zu treffen. So, ein Schuss. Ja, Laser-Cannons kann man auf jeden Fall bestätigen. Die bringen die Schiffe am schnellsten zum Platzen, ne? Das ist wirklich enorm stark momentan. Ich würde aber auf jeden Fall, wenn ich eine Empfehlung abgeben würde, müsste, ja, würde ich auch nach diesen Treffern jetzt hier wieder auf jeden Fall die Omni-Sky empfehlen. Also den Omni-Sky 12 oder die Omni-Sky 12 Laser-Cannons, hier die Size 4, ne? Das sind sie natürlich nicht, sondern das sind die von Bering, aber unter den Flügeln und oben und unten würden dann die Omni-Sky 9 Laser-Cannons sitzen. Die sind auf jeden Fall in diesem Test der klare Sieger. Aber wie anfangs schon gesagt, es ist nur eine Momentaufnahme. Das kann sich alles wieder ändern, wenn die die Capacitor anpassen, wenn die eventuell die Blades reinbringen, die irgendwann ja mal kommen sollen. Die letztendlich vielleicht auch noch ein Waffentuning mit sich bringen, dass man da dann die Capacitor noch ein bisschen mehr in Richtung Waffenleistung bringen kann und so weiter und so fort. Da sind wir noch lange nicht am Ende, aber momentan zu 3.23.1 kann ich hier an diesem Schiff ganz, ganz klar die Omni-Sky Laser-Cannons empfehlen. Wenn ihr sie ausstatten wollt, ihr könnt natürlich auch das Ganze im Standard-Loadout lassen. Da sind ja schon vier Size 3 Omni-Skys dran, ja, was schon nicht schlecht ist und dann halt noch Size 4 Revenant Gatlings. Also das Standard-Loadout kommt bei mir auf jeden Fall sofort an Platz 2. Dann würde ich wahrscheinlich die Repeater-Variante auf Platz 3 setzen, ja. Dann würde ich diese Variante hier von B-Ring würde ich auf Platz 4 setzen und auf Platz 5 kommt bei mir ganz klar als Schlusslicht die komplette Gatling-Variante, Freunde. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ich weiß, es gibt noch zig andere Loadouts. Es gibt noch verschiedene Canon-Typen von verschiedenen Herstellern. Es gibt auch noch hier verschiedene Waffen wie Distortion-Waffen, Scatter-Guns, ich weiß das alles. Aber es soll ja wirklich nur um ein paar wirklich pränante Unterschiede gehen und ich denke mal, die werden hier deutlich. Und darum sollte es mir in erster Linie natürlich gehen. Wenn das Ganze dann irgendwann mal final ist, ne, und das ist meine Antwort, wenn ich die Frage bekomme, Mensch Sitko, kannst du mal diese Waffen vergleichen? Kannst du mal da was machen? Das mache ich ja wirklich sehr, sehr selten und das ist einfach der Grund, weil alles immer noch nicht final ist. Das ändert sich alles. Du machst ein Tutorial und dann ist wieder alles irgendwie anders im nächsten Patch und du musst alles wieder neu machen und das ist halt meistens den Zeitaufwand nicht wert. Deswegen halte ich das auch sehr, sehr klein. Ich wollte euch aber trotzdem, weil wir uns ja die F7C angeschaut haben, einmal hier den Vergleich zur F7A zeigen und ich finde, das performt relativ gut. Und das Schiff nach wie vor ist meines Erachtens momentan sowieso auch das stärkste Kampfschiff im Spiel, wenn das alles so bleibt. Von der Größenklasse natürlich her und von dem, was es können muss, ist das auf jeden Fall das beste Schiff, liebe Freunde. Ja, somit verabschiede ich mich von euch. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, vielleicht kann ich es euch beantworten oder wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Test wieder. Macht es gut, bis dahin. Schissikowski.